um noch einmal und klar wird die dritte werden das hatte nicht eigentlich was vollkommen fehlbar bis zum Beispiel aber erst im Korrekte bleibt er nicht nicht schon wieder ich stehe auf dir oh du stehst auf mich kann ich die Schlampen tauschen oh du hast die kaputt gemacht den darfst du jetzt er ist vorbei gelaufen und er ist einfach nur so aus du bist an ihm vorbei gerannt und er ist umgefallen also mir erzählt sich weiß dass man ich habe nicht getötet ich weiß nur umacht gefallen weil ich so sexy aussehe genau aus dem Grund rechts oder links nur in ihm sitzt hier eine das hätte mir jetzt erst auf vor den habe ich doch vorhin schon ab ich bin rechts und feier und diesmal übernehme ich den rechten und den linken dann nehme ich den linken 1,2,3 warte, 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 warte warte, warte, warte 3,2,1 Schuss ich habe einen sehr nervösen Zeigefinger ey jetzt hör auf warte, warte, warte da stehen da stehen 1 links 1 rechts 1 rechts ich nehme rechts 3,2,1 Schuss wie das gehirn an der wand klebt als ob wir nicht den Fahrstuhl hätten nehmen können ich sage zu laut du machst auf und ich tue die Typen ich lege mich jetzt ich lege mich jetzt so ach so ich schieße gegen die Vaso und die hat Schusslöcher ja nimmst du die oder ich hey besser als bei mir ich schieße auf die Lampe oder passiert gar nix einer flüchtet hab ich den ganz schön den Arsch gerettet du hör auf Bestrafung muss sein ich nehme links dann nehme ich rechts 1,2,3 das spritz ist so schön das spritz ist so schön ich nehme wieder links ich nehme wieder links ich bin bereit, los verstanden 3,2,1 jetzt zum Angriff bereit geysern gesichert ja wir sind fertig und jetzt weiter zur Botschaft gut feind gesichtet hä alter seit wann steht oder ist noch einer ja seit wann steht die da seitdem wir die unten nicht geschlönt haben die stehen sonst mal nicht mal hier oben ah gut zu wissen was zum Teufel wo kommen die denn her ja keine Ahnung ich bin tot das zu ähm kannst du mich wiederbeleben bitte das hier noch geht noch nein warum also äh nein nein haben wir nicht nein ihr seid viel zu schnell warte ich nehme die Truppe rechts wir machen die Truppen gemeinsam ok dann nehme ich Truppe den wir links erstmal links und nicht nur den linken ok und feuer hier ist die andere ich nehme den rechten von da ok ich nehme den linken und feier gut steht hier auch noch welche von denen wir nichts wissen nein halt auf ich habe einen nervösen Zeigefinger ja bei F ich übernehme die beiden rechts dann nehme ich den linken und warte stopp 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 deine bewegt sich zu sehr und feuer wir sind mobil rücken Richtung Botschaft vor stehen da noch welche von denen wir nichts wissen hör auf ich höre das Messer da ja ist jetzt hier haben die Messer hey ich habe einen Claymore dabei wir sind zwar ne ne mach du mal warum kriege ich den jetzt nicht oh das ist in A2 zurück die haben uns gesehen neiii 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 eeppich battle muss nachlappen Wann hat es nicht funktioniert? Ach ja, äh, ich bin ruhig. Ja, der schießt immer noch auf mich. Und ich weiß nicht von wo. Bleib einfach da, die. War's das? Warte. Warte. Da unten ist hier immer noch einer. Ich seh keinen. Es ist er tot. Nein, hier schießt immer noch einer. Nein. Noob, noob. Das war alles gewollt. Ey, hier schießt ein Primer, oder bist du das? Nein, das bin ich nicht, Gott sei Dank. Nein, du doch nicht. Nein, das ist ein Primer. Wo sind eigentlich schon so Truppen? Ach da. Hier Alpha, wir sind mobil. Rücken Richtung Botschaft vor. Ja. Jetzt hör auf, da drauf zu schießen, dass es explodiert. Du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, was ich liebe. Was war eigentlich drauf geschossen, dass es eben Haus explodiert? Keine Ahnung, ich nehm rechts und feier. Ja, einfach so hat das Haus gezielt. Ich hab nicht immer wieder in den Zoom-Modus, weil ich... Das ist voll explodiert. Boah. Ganz ehrlich. Wie hast du das gemacht? Like a boss. Rechts oder links? Echt, ne, den hinteren. Einer bügt es! Oh Gott. Als ob man das nicht hört, wenn draußen jemand schreit. Ach, hör auf. Hier sind mehrere Schützen. Eins, zwei oder drei. Ich nehm den ganz links. Warte, warte, bis die stehen. Die stehen nicht. Die entdecken die. Oder? Ah doch. Jetzt kann ich beide, also die rechten machen. Okay, und... Nein, jetzt ist der weggelaufen. Eins, zwei... Warte, 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 warte. Ich dachte, jetzt wartest du den Auton. Ja, der, der, der rennt ja. Nimm du mal die zwei links. Ich nehm den einen da einzeln. Okay, und... Schuss! Oh Gott. An wen? Da ist noch einer. Oh. Hör auf. Ich will nicht sterben. Ziel gesichtet. Ah, okay, ich nehm den rechten. Okay, ich nehm den linken, warte. Jetzt bin ich auf dem Kopf. Und... Warte. Jetzt. Und... Feuer! Was? Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute... Nein! Das gibt es nicht! Nein, warte. Wir müssen die Leute hoch machen und schalten schnell! Hab ihn. Nein, weiter. Nein! Nein! Die gehen auf die Geiseln-Dome. What the fuck? Vielen Dank.